Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Gestern wurde überraschenderweise der Transfer von Andreas Windheim offiziell gemacht. Es gab erst lose Gerüchte am Mittag und Nachmittag, es war dann der Transfer schon offiziell. Sprich mal wieder typisch Ruven Schröder, was auch mir noch einmal mehr Respekt abzollt, dass man gar nichts davon mitbekommen hat von dem Transfer und auf einmal war er da. Das ist eine tolle Arbeit, das ist stark und das ist gut, dass wir auf Schalke mal wieder so eine ruhige Arbeit sehen. Und die Medien eben von sowas nicht viel mitbekommen. Trotzdem habe ich in einigen Foren auch hier unter manchen Videos gelesen, dass einige Fans nicht so viel von ihm halten. Und da will ich nochmal heute etwas genauer drauf eingehen. Natürlich können wir ihn glaube ich alle sportlich noch gar nicht wirklich einschätzen. Er soll gut flanken können, er soll gutes Tempo überbringen, kann die ganze rechte Seite backern. Aber natürlich können wir ihn sportlich nicht endgültig einschätzen. Deswegen stört es mich immer so ein bisschen, dass man Neuzugänge, bevor sie überhaupt mal am Ball waren, kritisiert, obwohl man sie noch nie spielen sehen hat. Deswegen will ich hier auch gar nicht Andreas Windheim abfeiern, weil auch das nützt nichts. Aber an sich will ich euch aufzeigen, warum der Windheim Transfer, vor allen Dingen das Transfergeschäft, für uns alle Sinn ergibt. Denn Punkt 1 sind vor allen Dingen, und das ist ganz ganz wichtig, die Finanzen. Man zahlt laut Sport 1 keine Leihgebühr, somit übernimmt man nur Teile oder halt das komplette Gehalt, was auch noch vollkommen im Rahmen ist. Die Kaufoption beträgt eine Million, sprich, man kann ihn fässerpflichten für eine moderate Summe, wenn er einschlägt. Je nachdem, wie es auch im Memo Aydin weitergeht, sein Vertrag läuft ja aus, braucht man im Sommer dann einen neuen rechten Verteidiger, könnte ja sein, und dann kann man ihn sich holen, aber auch nur, wenn er Schalke überzeugt. Sprich, funktioniert er nicht, dann ist man finanziell auch wenig Risiko gegangen, hat sich halt ein bisschen Kaderbreite verschafft, nicht mehr, nicht weniger, und im Sommer ist die ganze Geschichte wieder vorbei. Punkt 2, was für diesen Transfer spricht, ist einfach die Flexibilität. Er ist eben ein typischer Schienenspieler, sprich, eine Mischung aus rechter Verteidiger und rechter Mittelfeldspieler, kann aber auch beide Rollen so übernehmen. Könnte zudem auch mal als Backup für Ovian fungieren, nun nimmt er wohl erstmal die Rolle von Aydin ein, sprich, Konkurrent zu Reinhold Ramftl. Er kann aber eben auch auf dem Flügeln spielen, damit kann man durch ihn auch nochmal eher auf eine Viererkette umstellen und mit ihm im Offensivbereich planen, auch das ist eben möglich. Und Punkt 3, und der ist ganz wichtig, ist die Kaderbreite. Aydin fehlt in den nächsten Wochen, und damit hat man die rechter Verteidigerposition zuvor nicht doppelt besetzt gehabt, aber jetzt eben wieder. Je nachdem, wie lange Aydin wirklich ausfällt, da gibt es noch keine wirklichen Prognosen, das ist einfach nur die Rede von einigen Wochen, wäre es für mich ein großes Risiko gewesen, nur mit Ramftl die nächsten Spiele zu bestreiten, denn durch Corona schadet es einfach aktuell vor allen Dingen nie, den Kader in der Breite zu verstärken, auch wenn wir natürlich noch Jungs wie Becker und Amitriciani haben, die auch noch auf rechts spielen könnten. Und Punkt 4 ist der Charakter. Kramozis und Schröder haben ja schon vor Wochen betont, dass die Mannschaft als Team sehr gut funktioniert. Es sollte nur einer kommen, wenn es wirklich passt. Und deswegen kann man auch davon ausgehen, dass Windheim charakterlich gut passt, das hat der Schröder auch schon gesagt, und genau weiß, wofür er auch geholt wurde. Und damit er jetzt keine Unruhe macht in diesem halben Jahr, sollte er vielleicht mal nicht spielen, sondern Ramftl den Vorzug bekommen. Deswegen, ohne ihn jetzt sportlich zu beurteilen, ohne ihn jetzt so sehr abzufeiern, finde ich, muss man auch dafür mal wiederrufen, Schröder ein Lob aus sprechen für diesen Transfer. Natürlich kann das am Ende sportlich floppen, aber auch dann sind wir finanziell kein großes Risiko eingegangen. Deswegen sehr gute Arbeit. Ich freue mich einfach, dass er da ist. Bin gespannt, welche Rolle er einnehmen wird und wie es langfristig mit ihm dann auch weitergeht. Eure Meinung zu Andreas Windheim? Gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!